Das ist der Dicke, ne? Wenn der uns hat, dann ist es vorbei. Ich glaube, hier hoch können sie aber, ne? Uh! Uh! Was war das? Blackout! Blackout! Alter, vergiss es, Mann! No way! Noch 12 Schuss! Ja, komm, Mann! Ah! Ah! Lauf! Die kommen überall hoch. Nein! Warum? Warum bin ich denn schon wieder halbtot? Nur weil ich 8 Meter vom Dach gesprungen bin. Hoch hier! Junge! Du wirst sterben! Wenn du nicht auf das Auto kletterst. Du wirst sterben. Ah! Ist alle, ist alle, ist alle, ist alle, ist alle. Auto, Auto, Mann! Kletter auf das verdammte Auto, Junge! Oh, er springt runter. Warum springt er runter? Ihm war schwindelig oder so. Höhenangst. Na komm, er ist ein bisschen schwammig. Auf den Wein. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Meine Güte! Meine Güte! Das waren nicht alle, ne? Da war noch einer. Money! Noch 10 Schuss. Ich hoffe auf ein neuer. Ihr habt nichts dabei, ne? Mieses Pack, ey! Ich gehe gleich wieder zurück. Zum Safe House. Und trinke ein Schlückchen. Nicht, dass uns die Maya-Lurks hier wegfuttern. Ablenkungsdose. Renne! Und rein da! Klippo! Klippo, Klippo, Klippo! Schön. Dankeschön. Und jetzt bitte genau das Schlückchen trinken wieder. Wäre verdammt unfair, wenn jetzt die Gegner alle wieder respawnen würden. So wie bei Dark Souls. Aber ein Glück ist das nicht so. Vier Chemikalien. Kann ich vielleicht meine Waffe reinigen? Das braucht auch Chemikalien. Ich bitte dich, Mensch. Braucht das nicht irgendwelche Bestandsteile eher? Wir können unsere Atemschutzmaske reparieren. Das ist in Ordnung. Und dann gleich wieder raus. In die wilde, wilde Welt. Von, weiß ich nicht, Prübiat oder so, ne? Chemikalien sind bisher Mangelwaren. Weg hier! Weg hier! Ablenkungsdose! Hier! Friss Katzenfutter, du mieser Maya-Lurk! Nicht vergessen, hier lungert noch einer rum. Einer will es noch wissen. Auf jeden Fall. Einer von diesen miesen Zombies. Frecher, dass sie keinen Loot haben. Ich würde doch erwarten, dass sie ein paar Chemikalien dabei haben. Pssch! Pssch, pssch, pssch. Den hat man schon. Schrittchen für Schrittchen. Das muss man hier so spielen. Habe ich letztens erst auf Steam gelesen. Meterchen für Meterchen. Weil das ist hier richtig hardcoriges Survival. In einer verstrahlten Post Apokalypse. Und die kündigen sich hier nicht an, die Gegner. Wie in anderen, eher casual-lastigen Spielen. Die sind einfach da dann. Ne, die Kleinen sind mir egal. Na, hast du Loot für uns? Nein, oh Gott, was ist das? Strahlung? Ne. Aber ich glaube, es ist Gasmasken-Time. Loot. Loot, ganz schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Und wenn wir Energie verlieren sollten, geht es gleich wieder zurück in die Hütte danach. Es ist Strahlung. Oh, 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 oh. Warte, 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 Mann. Warte, du. Kacke, Mann. Kacke, kacke, kacke. Schnell. Schnell, Loot. Loot, 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 Loot. Knarre. Genau, auseinanderbasteln. Haben wir, haben wir, haben wir. Alle Kisten. Ja, sieht gut aus. Hau ab, hau ab, Mann. Das war's dann mit dem Nachwuchs. Mit der Fortpflanzung. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Ist in Ordnung, können wir abhaken, wenn wir wollen? Ist das ein eingetragener Ort zufällig? Nein, auch die anderen Orte sind verschwunden auf der Kat. Aber warum denn bitte? So, zurück in die Hütte. Und jetzt muss der Meierlöck natürlich direkt vor meiner Haustür stehen. Direkt davor. Ach so, klar. Habe ich noch Ablenkungsdosen? Natürlich. Pack. Da drüben, da ist was. Guck mal, Katzenfutter. Schöne Grüße von Melmark. Renni. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Kleppo. Ein Glück können die hier nicht rein. Schlückchen trinken. Und wir könnten sogar was herstellen, wenn wir wollen, oder? Wir reinigen lieber mal unsere Primärwaffe, würde ich sagen. Zack, Dankeschön. Was? 17 Chemikalien? Sag mal. Da brauchst du eine Flasche Ajax mehr, nicht? 17. Wow. Die andere kriegen wir auch noch ein bisschen gereinigt. Okay, wunderbar. Soll mir recht sein. Moni können wir jetzt nicht zufällig herstellen. Das wäre natürlich total cool. Aber nein. Wir brauchen für alles Chemikalien. Für alles. Beichern. Ist leer? Ne, ist nicht leer. Stimmt, wir haben ja gerade was aufgehoben. Nice. 19 Schuss, Mensch. Ein Spiel, wo Munition noch richtig was wert ist. Mensch, ist das nicht schön? Oder was sagt ihr dazu, meine lieben Meierlurks? Gespeichert ist, ne? Und weg hier. Weg, weg, weg. Oh, 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 oh. Oh, alles voll, alles voll. Ich bin weg. Ich bin weg. I'm out here. So. Jetzt. Hier ist straight forward durch bis, genau, bis zur Küste. Und dann unter der Brücke durch und einmal rum hier. Dann später das Boot nicht vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und das strahlt hier alles. Lootbar? Hey, was war denn das bitte? Mega am rumzittern. Warte mal, ich gucke kurz was. Okay, mein Fehler. Ich sollte vielleicht nicht gerade einen Festplatten-Backup fahren. Wenn, wenn ich hier spiele auf der gleichen Festplatte. Ist Anfängerfehler. Ganz schlimm. Wir sind so gut wie an der Küste, ne? Meierlurks, ja. Ist hier zufällig was? Hm, hm. Alles cool. Bleib schön da drüben, du miese Krabbe. Dann haben wir keine Probleme. Die Inseln da drüben kann ich, glaube ich, ignorieren. Okay. Okay. Killerhaar ist auch wie süß, Mensch. Der kann uns aber nicht gefährlich werden. Will ich doch mal schwer hoffen. Die Vorhut der Krabben. Oh, ich kann hier rein. Ich kann hier rein. Ja. Noch eine Behausung. Ich bitte darum. Ja, tatsächlich. Meine Güte. Und, oh, neuer Aufsatz für unsere Knarre. Flopdiwupp. Was zu lesen. Immer gut. Gepär. Schönes Bildchen. Das können wir, äh, unserer Frau zeigen. Anna. Genau, Anna. Neue Postkarte. Mhm. Mit einer Werkbank. Die sind so gold wert, diese Hütten. Sowas von. Aber ich brauche jetzt gerade eigentlich... Nicht so ohne eine Flasche Wasser. Jetzt gerade nicht. Mhm. Trotzdem nur Chemikalien. Aber wir können die Waffe ummodeln, wenn wir wollen. Zack. Kurzer Lauf und Schalldämpfer. Du, 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 du. Aber macht weniger Schaden. Und wenn wir die Knarre draußen haben, dann wird sowieso geballert. Dann... Dann lieber nicht, ne? M-mh. Machen wir nicht. Kalasch, du bist gut, wie du bist. Meine werte Kalasch. Zack. Oh nein. Ich bleib kurz hier. Ich bleib kurz hier. Schande. Ratte, du. Durch die Beine geschossen. Ich gehe nach Hause. Es reicht. Ich habe die Wachsen dicke. Die Kugeln fliegen echt ein bisschen langsam. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Sechs schallgedämpfte Scharfschützen-Schüsse sind noch am Start. Wir brauchen neue Muni. Liegt da einer? Dinge, die wir vielleicht looten können? Artyom. Geh nicht zu nah an die Brücke. Sonst schießen sie auf dich. Wer? Eine ordentliche Verteidigung aufgebaut. Ich bin nur noch ganz weit weg, Mensch. Die hier? Meinst du die hier? Die schießen auf mich. Ja. Da darf ich wirklich noch nicht lang. Ich gehe erstmal hier lang. Mit der Maske. Vielleicht ein bisschen schneller. Wegen der Strahlung. Lut, 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 lut. Teile. Neues Magazin. Vorsichtig. Vorsichtig. Tasche. Keine Gegner. Keine Strahlung. Maske wieder aus. Oh mein Gott. Wir haben jetzt ein paar Schuss mehr. Für die Kalasch. Was? 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 Hier ist noch eklig alles. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte wir werden da raus. Jetzt aber, ne? Jetzt ist alles wieder cool. Kurz das neue Magazin anbringen. Knarren. Knarren. Galas. Magazin. Das dicke bitte. Montieren. Und wieder zurück. Ganz schnell. Da kommt einer. Da kommt einer. What the heck? What the heck? Das sind dicke, ne? Die riechen uns. Monster, du! Verzieh dich! Pack, du! Aber einen ängstlichen Gegner darf man auch nicht unterschätzen. Hm-mm. Alles cool. Da. Das Ding gucken wir uns an. Sieht interessant aus. Pssst. Aber vielleicht hier nicht durch die Suppe laufen. Das ist keine so gute Idee. Ist schön eigentlich, ne? Wie langsam wir hier unterwegs sind. Die Brandbüste da hinten auch nicht vergessen. ultimativer Nahkampf. Hau lieber ab, Hase. So ein schönes Tier. Zombies? Ich schläuche lieber. Oh Gott. Wenn ich das schon höre. Das sieht nicht gut aus für uns. Nein, nein, nein. Ist das Kram für mich? Chemikalien! Kann ich hier schlafen? Nee, das wäre auch viel zu doof. Hm-mm. Und total ungemütlich. 31 Schuss im Magazin. Die Kalasch wird immer wichtiger. Hier noch was? Sind das auch Chemikalien, die ich mitnehmen kann? Ja! So gut, Mann. So gut. Ist das so ein Loch? Nein. Ich hoffe, das ist nur ein Hasenbaum. Da rein will ich. Da gibt's guten Kram. Alter. Alter, Mann! Flummi, du! Noch vier Schuss. Ich würde euch so gerne looten, aber was soll ich euch abnehmen, euer Fell? Aber wer weiß. Vielleicht ist das ja irgendwie Strahlungsabweis. Neue Ortschaft entdeckt. Speichern! Wir können hier hoch, ne? Okay, wir gehen rein. Top Secret, Mann. Top, top secret. Von oben. Wenn nicht, dass hier ein Scharfschitz oder so rumhängt. Oh, das ist cool. Können hier direkt rein. Dann machen wir das. Aber schön, schön vorsichtig. Wir haben nicht mehr allzu viel Munition für unseren schallgedämpften Scharfschützenrevolver. Oh, oh, oh! Alter, alter, alter. Sind ja richtig viele schon unterwegs. Aber den sollten wir so hinbekommen, ne? Gestalved. Licht aus. Pssch. Plupp. Und dann Messern. Und dann Messern. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nicht so weit! Nicht so weit vorsichtig. Da sind Dosen. Na, 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 na. Na, 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 na. Du, dai. Boom! Geht doch. Cool bleiben. Hat keiner mitbekommen. Die Dosen, ne? Die verdammten Dosen. Hier ist ja einer. Schande. Ja. Habe ich noch Wurfmesser dabei? Ja, habe ich. Pssch. Ist da noch einer? Licht aus. Wuhu! Hat er nicht gesehen, ne? Hat er nicht gesehen. Wurfmesser? Das hängt da, das hängt da nicht ohne Grund, ne? Der soll uns nochmal daran erinnern, dass wir die haben. Flupp! Alter, was? Alter, was? Reicht Brustwurf aus? Um die, um die fertig zu machen? Das ist ja cool. Ne mit, ne mit, ne mit. Den Kram. Hm. Okay. Oh oh. Kann ich die? Ja, die kann ich abschneiden. Loot Mensch! Dosen Mensch. Wie in Fallout. Fallout 76. Aber das ist hier nicht Fallout 76. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber jetzt gerade nur. Es wird später bestimmt besser, wenn wir eine bessere Ausrüstung haben. Wollen wir da runter? Ja, gleich. Du hast einen Köder gefunden. Drücke C, um ihn zu werfen. Die Dosen oder was? Ja, aber ich bleibe erstmal bei den Messern. Die Messer sind ja theoretisch dann total effektiv, wenn so ein Brustwurf ausreicht. Ich nehme noch hier die Dosen mit. Stopp, ey. Der hat ja noch Kram für uns. Nice. Und neue Muni. Für unseren Scharfschützen Revolver. Da hinten ist noch einer. Den können wir uns auch noch holen. Und so lange bleiben wir oben. Uns sollte hier niemand sehen. Theoretisch. Toi, toi, toi. Aber wir können ja speichern. Genau. Warum machen wir das nicht? Und das geht sogar. Was für eine Frechheit, Mensch. Ich liebe dieses Spiel. Top Secret. Der da hinten. Ah! Ah! Oh Mann! 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 Wieder untertauchen. Wieder untertauchen. Die Dose mitnehmen. Vergesst die Dose nicht, Mann. Muni. Wird erst geballert. Ah! Ah! Alter! Miese Töne, du! Miese... Alter, sag mal. Gehst du mal bitte weg hier, Junge? Bin ich tot? Noch nicht, ne? Es wird bis zuletzt gekämpft. Dafür konnte ich nichts. Ich wusste nicht. Ich kann noch nicht wissen, dass hier das Ding... Äh, hier, Lut. Äh, genau. Das Brettman. Oh! Rate, du! Geh weg! Geh weg! Das machen wir. Das ist gut. Oh. Alter, stopp! Mitten in nem Redeschwall. Wie konnte er nur? Die miese Ratte. Nochmal bitte. Nochmal, nochmal, nochmal. Und diesmal gehen wir nicht über die Bretter. Denn da drüben sollten wir auch so hinbekommen. Wenn er wieder da lang läuft. Schande. Das ist richtig hart. Mann, wir halten überhaupt nichts aus. Aber wir wollten das so. Wie viele sind's eigentlich? Eins? Zwei? Komm schon, nur lauf doch mal da lang. Oder ich geh außen rum. Genau. Da müsste ich ja hinkommen. Einfach hier raus und dann da wieder rein. Oder steht der da? Ach, da geht's nicht rein. Doch, da geht's rein. Alles cool. Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil. Das ist nur ein Hase. Kein Killerhase. Einer von den guten Hasen. Einer der Hasen, die uns wahrscheinlich beistehen würden. Wenn wir sie rufen könnten. Aber wir können nicht. Noch nicht. Wer weiß, was das Spiel noch so zu bieten hat. Oh Gott, hat mich einer gehört? Leise, Mann. Ist verschlossen. Kann ich nicht knacken, oder? Ohne Lärm zu machen. Ich muss das mal ausprobieren. Okay. Das Schloss hätte eigentlich schon Erklärung genug sein sollen. Wir gehen wenn, dann hier runter. Aber erstmal gucken wir, was wir hier von oben noch so stealthy erwischen können. Ein paar von denen sollten wir wirklich hier von hier oben mitnehmen. Na los, nur lauf da lang, du Hund, du. Ich weiß, dass du das manchmal machst. Das ist nicht mein erstes Mal. Na gut, dann lauf ich hier oben rum. Wenn du das unbedingt möchtest. Da, den da. Wenn ich sie langsam Schritt für Schritt erschieße, das kriegt doch auch keiner mit, oder? Ich muss sie halt jedes Mal sofort, wenn ich sie sehe, erschießen. Jetzt ist da hinten einer. Durchladen. Der da. Genau, der da. Ich will dein Gesicht sehen, Mann. Oh Gott, Gesicht. Oder dein Kopf zumindest. Oh oh. Hat das mitbekommen? Ungünstige Position. Sehr ungünstig. Aber trotzdem Highcrown. Ich sehe niemanden. Diese verdammten Vorhänge. Wir gehen runter. Haben wir hier einen besseren Winkel? Vielleicht? Irgendwie? Oder so? Nee. Da. Da war er. Da war er. Du Hund, du. Versteck dich nicht hinter deinen Regalen. Zugriff. Breach and clear. Der Hund, ne? Vergiss den Hund nicht. Wo ist der Letzte? Ist da noch einer? Der da oben, ne? Danach wird gelootet. Erst die Arbeitern. Dann der Loot. Der schläft. Das ist der Hund, ne? Miese Töle, du. Das war ein böser Hund. Gut. Haben wir alle? Nee, da oben ist noch einer. Cool bleiben, cool bleiben. Gespeichert. Jo. Jo. Schlecht aus. Hier müsste noch einer sein. Theoretisch. Oder auch nicht. Und den Kram nicht vergessen. Ich glaube, wir können, ne? Aber hier redet noch einer. Das sind die wahrscheinlich aus der Zelle. Na, können wir hier schon jetzt rumlaufen, so wie wir wollen? Meine Kleinen. Sehr dunkel. Aber, wie gesagt, das muss so sein. Wir spielen das hier mit aktiviertem HDR. Das macht teilweise eine ganze Menge dunkler. Ja, gleich, Mann. Ihr seid gleich dran. Ja, Mann. Aber wer? Ihr greift mich an. Wer? Wer, wer, wer? Ihr könnt abhauen. Gutes Karma. Auch für deinen Seelen heilbeten. Das ist aber nett von euch. Auch wenn du ein Ketzer bist. Gott segne dich. Auch wenn du ein Ketzer bist. Okay. Gut, aber. Ich möchte dir mit etwas Handfesterem danken. Womit? Was Handfesterem? Nein, danke. Kein Interesse. Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Okay. Ja, Mann. Alles wird gut. Vergesst niemals diesen Tag. Okay, Ortschaft eingetragen. Ja, Mann. Wofür ist denn der Schlüssel? Haben wir jetzt eine neue eingetragene Ortschaft? Ich hätte Ihnen vielleicht zuhören sollen. Ah, alles klar. Und dafür haben wir den Schlüssel bekommen. Nice. Wunderbar. Aber wir haben noch mehr erschossen. Die muss ich alle looten. Die hier noch zum Beispiel. Ist das eine Flinte? Ist das eine Schotflinte? Wo ist die? Modifikation mitnehmen. Wo liegt die bitte? Eine Sekunde. Wir müssen ins Inventar gehen. Zeig mal. Wir können leider nur zwei Waffen mitnehmen. Fürs erste. War das nicht gerade eine Schotflinte oder so? Die hier rumliegt? So was dick ist. So eine... Ihr wisst schon. Ist das hier nicht eine Schotflinte? Oder ist das ein... Ja, das muss doch eine Schotflinte sein. Die würde ich eigentlich haben. Wenn es hart auf hart kommt, kommen die Gegner ja auch zu uns. Und dann... Boom! Ansonsten Sniperino mit dem... Mit dem Scharfschütze-Revolver. Ach so, wir haben das Ding so weit auseinander gebaut, dass wir... Das nicht mehr erkennen konnten, dass das eine Schotflinte war. Ich gucke gleich mal. Kann ich nicht irgendwas anderes zu einer Schotflinte vielleicht ummodeln? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Uh, uh, uh. Ich glaube, wir haben eine Munitionskapazitätserweiterung für unsere... Für unsere Weste hier bekommen gerade eben. Den Hund looten können wir nicht. Ich denke, das waren... Ich denke... Nein, stopp! Was... Was soll das? Mach das nicht so schnell. Bei allem anderen muss ich die Taste gedrückt halten. Außer gerade eben hier beim Waffenwechsel. Mysteriös! Das ist gut. Wir gucken uns draußen noch auf dem Hof um, nachdem ich gespeichert habe, nochmal mein Inventar gecheckt habe. Uh, Medikit haben wir eins. Wir sparen uns die Chemikalien. Äh, wo kann ich denn noch was ranbauen hier bitte? Zack. Revolver? Ja, aber dann machen wir weniger Schaden, ne? Richtig? Nein! Einfach nur mal sechs Schuss vorm Nachladen. Stabilität lässt ein bisschen nach. Aber das ist bei einem Einzelschuss... Äh, Pistölchen sowieso egal. Oh, ja! Na klar, ey! Das nächste Mal hebe ich sofort die Schrotflinte auf. Ich glaube, die Schrotflinte tausche ich aus gegen die Kalasch. Vielleicht, mal gucken. Aber ich mag schon eigentlich die Reichweite von der Kalasch. So, wir wollten rausgehen. Ich denke, wir haben hier alles Pi mal Daumen. Ist aber auch dunkel, ne? Nochmal kurz alles ablaufen. Ganz kurz nur mit der Taschennappe. Es tut mir leid. Das ist Hardcore Survival. Und da muss man alles double checken. Ansonsten deinstalliert sich das Spiel automatisch. Habe ich mir nicht ausgesucht. Was soll ich machen? Ich bin ein Opfer meiner Umstände. Mal wieder. Hier. Licht wieder aus. Wir gehen raus. Vielleicht sind noch welche im Hof. Wir müssen vorsichtig sein. Hase. Aber ich sehe hier gerade keinen. Überfall. Oh nein, Mann. Oh nein. Aber irgendwer hat vergessen, dich zu looten. Du hast auch noch was für uns. Wach auf. Warum sind wir so langsam? Sind wir überladen oder so? Nein. Achso, da war ein Hocker. Wie krank einfach mal. Wie krank die Leute hier leben. Zeig mal. Dankeschön. Hier noch irgendwas zum Mitnehmen. Ein paar Bücher oder so. Bei den launigen Abend. Geht die Sonne gerade unter? Oder bilde ich mir das ein? Sollte ich vielleicht schlafen gehen? Ich glaube, es ist nicht so gesund hier bei Nacht herum zu laufen. Da ist die Brandbeste wieder. Oben waren wir schon. Vielleicht hier noch was. Eine Kleinigkeit. Tatsächlich. Das wird dunkler. Wir haben ein Problem. Wir müssen abhauen. Wir müssen irgendwo hin zum Schlafen. Ansonsten sind wir des Todes. Cool. Wir haben es, ne? Schöne Location, muss ich sagen. Eine sehr schöne Location. 기 planes 에gger. Das ist eine sehr schöne Location.